Liebe Kolleginnen und Kollegen, der eBEMUG ist ein Erfolgsformat. Wir wissen das jetzt, weil wir es schon einmal ausprobiert haben. Der eBEMUG, das ist ein siebenwöchiger offener Online-Kurs speziell für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen, der im Frühling 2017 das erste Mal in begleiteter Form durchgeführt wurde und zwar mit über 2.800 registrierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung, Abteilung Erwachsenenbildung, war die Teilnehmer am eBEMUG auch kostenfrei möglich. Inhalte des eBEMUGs sind einfache, praktische, digitale Tools für die Arbeit in der Erwachsenenbildung. Solche Tools werden demonstriert und vorgestellt. Sie werden mit Experten und Expertinnen diskutiert, vor allem aber auch von den Teilnehmenden selbst erprobt und im Austausch auch weiter ergänzt. Da das Lernen gemeinsam leichter ist und auch mehr Spaß macht als alleine, wird der eBEMUG zu definierten Zeiten als begleitetes Angebot zur Verfügung gestellt, also auch als Blended Learning Format angeboten. Zu diesen Zeiten kann man sich mit den Videoreferentinnen aus dem eBEMUG und auch mit dem eBEMUG-Team live in Webinaren treffen und die Inhalte des eBEMUG diskutieren und anstehende Fragen besprechen. Außerdem gibt es zu diesen Zeiten auch Begleitgruppen, wo man wirklich ganz persönlich, face-to-face, über die Inhalte aus dem eBEMUG sprechen und sie nachbearbeiten kann. Hier sehen Sie einen Blick auf die Begleitgruppen vom Frühling 2017. Alles in allem steht fest, im eBEMUG haben schon viele Kollegen und Kolleginnen sehr vieles gelernt und ganz offensichtlich hatten sie auch ihre Freude daran. Bis Ende August 2017 kann man jetzt auch noch alle Inhalte, Videos, Übungen und Tests des eBEMUG weiterhin ansehen und auch wirklich nutzen. Das ist jetzt allerdings eine unbegleitete Version des eBEMUG, aber alle Inhalte sind ja offen und frei lizenziert und weiterhin kostenfrei zugänglich. Danach arbeiten wir an einer neuen, optimierten, verbesserten Form des eBEMUG. Das wird der eBEMUG 2018 sein, der am 4. April 2018 startet und für den man sich ab Oktober 2017 auch schon wieder anmelden kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den eBEMUG 2018 für sich nutzen, entweder zum Selberlernen oder für Ihre Personalentwicklung oder auch um ein eigenes, begleitetes Kursangebot daraus zu machen. Sie erhalten alle Informationen zum eBEMUG 2018 auf unserer Projektwebsite www.erwachsenenbildung.at.com und erreichen uns als eBEMUG Team auch immer unter der E-Mail Adresse www.ebemuc.com Wir freuen uns sehr auf Sie, machen Sie mit, seien Sie dabei und nutzen Sie das Angebot des eBEMUG 2018. Beide ich für dich jetzt. 5 Stunden, um eine Abenteuerung zu machen, auf Doppelungen stecken und sehr koinen. Sein und die ÖLOLF-UGV azEBEM로 auch. Sie können die ÖLOLF-UGV zu machen, wenn Sie während in die ÖLOLF-UG-VLF-UG-VLF-UG-VLF-S-TITELS Seitens die ÖLOLF-UG-VLF-UG-VLF-UG-VLF-UG-VLF-UG-UG-VLF-UG-VLF-UG-VLF-UG-DTELS